Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Start-Top-Automatik, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Effectiven 409 nicht mehr. Im Nö. Im Nö. Teil 100j